Liebe Zuschauer, liebe Episoden, es freut mich die Begeisterung von euch zu meinem Video Ein Spiritus Familiaris, gebannt in Glas, ausgetrieben aus einem Besessenen. Und im Video habe ich erwähnt, dass wenn das Interesse groß ist, dass ich dann gerne auf den Inhalt, auf die Geschichte eingehe und versuche dann in der Vergangenheit Sachen zu finden, die das Ganze bestätigen. Und somit herzlich willkommen bei der ersten Folge von wahrscheinlich zwei oder drei Videos, wo ich mir dieses Thema, der Geist im Glas, hier als Thema ausgesucht habe und für euch recherchiert habe. Und was wirklich interessant ist, ihr wisst, also alle die mich schon länger kennen, dass ich ein riesen Fan von Sagen, Legenden und Märchen bin. Also wirklich ganz alten Sagen und Legenden. Und ich habe früher hier einen Kanal gehabt, wo ich wirklich unbekannte Märchen euch zum Besten gegeben habe. Und ich glaube, wir werden dorthin auch wieder zurückgehen, dass ich solche Videos dann auch mitunter wieder anbiete. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Geist im Glas. Und um hier einfach mal, bevor ich auf die Märchen selber eingehe oder sprich auf diese Spiritus Familiaris Themen, müssen wir ein wenig ausholen. Denn die Brüder Grimm, die haben in ihren Kinder- und Hausmärchen, ihr seht es hier im Hintergrund, ich habe hier eine Fassung von 1815, da gibt es diese Geschichte vom Geist im Glas. Und da geht es, um hier mal von vorne anzufangen, worum es eigentlich da geht. Da geht es um einen Studenten, der im Wald eine Flasche findet. Beim Öffnen dieser Flasche entweicht ein Dämon, der sich den großen Merkurius nennt und seinen Befreier töten möchte. Es gelingt dem jungen Mann, den Geist wieder in seiner Flasche einzusperren. Und dieser Geist verspricht ihm dann, er wolle ihn reich machen, wenn er ihm noch einmal die Freiheit schenken würde. Und der Jüngling geht natürlich darauf ein und bekommt ein Pflaster, beziehungsweise einen Lappen. Also das war zu der damaligen Zeit, wir müssen hier, sag ich mal, weit ins 15. Jahrhundert zurückreisen. Pflaster oder Verband, das waren damals, sag ich mal, Tücher, also Stücke von Tüchern, wo eine Salbe oder Paste aufgetragen wurde. Und mit der geeigneten Salbe kann man dann verschiedene Wunden heilen, die durch das Auftragen, zum Beispiel von Amalgam, dann auch Eisen versilbern. Und das ist hier in diesen alten Märchen schön eingegangen. Wenn wir da mal reinschauen, da gibt es eine jüngere Fassung von dem ganzen Thema, die auch sehr interessant ist, und zwar von Johann Andreas Christian Löhr aus dem Jahre 1819. Und in Löhrs Darstellung entspricht diese ganze Geschichte, da hat der Geist den Namen Marfech, was wirklich interessant ist, denn soweit, sag ich mal, die Literatur einem da helfen kann, hat Löhr damals den Namen Mercurius nicht verstanden und hat aus dem Ganzen den Fantasienamen Marfech geschaffen. Und die Vorlage, also wenn wir dann noch weiter zurückgehen, wo denn diese Geschichte herkommt, dann sind wir hier bei wirklich tatsächlich Märchen aus Tausend und Einerlacht. Und da gibt es die Geschichte vom armen Fischer und dem Geist in der Flasche. Und die Geschichte ist ungefähr ganz grob zusammengefasst. Ein armer Fischer, der zieht dreimal hintereinander nur Müll aus dem Wasser. Er bittet dann Allah, ein Wunder zu tun und findet schließlich im Wasser eine Messingflasche. Er öffnet dann diese Flasche und dann kommt ein riesiger Geist aus dieser kleinen Messingflasche heraus, der sich gegen König Salomo empört hatte. Und dieser König Salomo, weil er sich das nicht bieten lassen wollte, der hat ihn dann in diese Flasche gesperrt und ihn im Meer versenkt, damit dieser Geist nie wieder Unruhe stiften kann. Und dieser Geist, der jetzt gerade von diesem Fischer befreit wurde, der kündigt an, er werde diesen Fischer, seinen Befreier, umbringen. Aber nachdem er ihn befreit hat, darf der Fischer sich die Todesart aussuchen, wie er denn sterben möchte. Und der Fischer, der nicht ganz dumm ist, der lässt sich natürlich nicht einschüchtern und beschließt seinen Verstand zu gebrauchen, der dem des Dämons natürlich überlegen ist. Er bezweifelt, sagt er dann zu dem Geist, dass ein so großes, mächtiges Wesen wie dieser Geist, der aus dieser kleinen Messingflasche herausgekommen ist, dass der überhaupt in so eine kleine Flasche hineinpasst. Und der Geist, um ihm zu beweisen, dass er da reinpasst, kehrt natürlich in die Flasche zurück und der Fischer haut den Stöpsel drauf und der Geist ist wieder gefangen. Der Geist wird sich dann bewusst, was er da getan hat und verspricht dann dem Fischer, ihn reich zu machen und er soll ihn doch bitte wieder freilassen. Und der Fischer nimmt sich ein Herz für diesen Geist in der Flasche und sagt, okay, ich lasse dich wieder frei, wenn du mich reich machst. Und dieser Dämon, der in dieser Flasche gefangen war, der führt ihn dann zu einem See mit bunten Fischen und sagt dann zu dem Fischer, bring diese Fische zum Sultan, denn er wird dich mit Gold hier belohnen für diese tollen Fische. Leider verliert sich dann da der Faden, wie das weiterging, weil diese Geschichte dann so ineinander in anderen Geschichten mit hineinverschachtelt wurde. Und wenn man da weiterschaut, nach solchen geisternden Flaschen, findet man Parallelen zum Beispiel zu Paracelsus und dem Teufel. Denn der berühmte Arzt Paracelsus, der befreite einmal als Student einen Teufel, der in ein Loch in einem Baum gefangen war. Und zum Dank schenkt ihm dann der böse Teufel zwei Tinkturen, mit denen er einmal A, Wunden heilen kann und dann Eisen in Gold verwandeln kann. Und wenn ihr mir ja vorher gut zugehört habt, dann hat der andere auch eine Tinktur bekommen oder heilende Tücher und eine Tinktur, mit der Eisen in Silber verwandeln kann. Hier sind wir jetzt schon bei Gold angelangt. Und um zu verhindern, dass dieser befreite Satan den Paracelsus da befreit hat, dass dieser Satan Unheil anrichtet, fragt den Paracelsus, wie hast du es eigentlich geschafft, in ein Loch so klein in diesen Baum hineinzukommen. Und der Teufel, der sagt, hey, was willst du von mir, ich zeig dir das. Und dann fällt er auf diesen Trick rein, wandert zurück in dieses Loch, in den Baum, Paracelsus haut den Stöpsel drauf und der Geist ist im Baum wieder gefangen, wahrscheinlich noch bis heute. Und es ist so schön, ich liebe es für euch, diese Sachen zu recherchieren, denn das sind Themen, die ich hier in meinem Kanal präsentiere, genauso wie auch bei Utrion, die ich nur recherchiere, weil mich persönlich das Ganze glücklich macht, weil ich, das sind Sachen, ich könnte den ganzen Tag, wenn ich nichts Besseres zu tun hätte und nicht arbeiten gehen müsste, solche Themen recherchieren und mich erfreuen an den Gedanken unserer Vorfahren, was die sich alles für tolle Gedanken gemacht haben. Und das Ganze ist natürlich wieder hier freie Schnauze aufgenommen, also verzeiht mir, wenn mal irgendwas ein bisschen holprig ist, aber ich glaube, bis jetzt ging es eigentlich ganz gut. Und dann schauen wir doch mal weiter, denn eine Geschichte, die auch wieder gut hineinpassend ist, das Thema, das ist die Geschichte von einem Galgenmännlein. Denn ein deutscher Kaufmann, also die Geschichte ist von 1810, also noch ein bisschen älter als die von den Brüdern Grimm, und da geht es so um ein deutscher Kaufmann, der verjubelt und der verspielt in Venedig seine komplette Kohle. Und da wird ihm dann ein Glas mit einem Galgenmännlein angeboten, das wie der Teufel aussieht, also so ähnlich wie dieser Kristall, den ich euch hier gezeigt habe. Und es wird ihm gesagt, solange er dieses Galgenmännlein in diesem Glas hat, wird er Geld im Überfluss haben. Und er kann es nur loswerden, wenn er diesen Dämon, der da in Glas gefangen ist, wenn er diesen billiger verkauft, als er ihn erworben hat. Und wenn er dieses Wesen noch besitzt, wenn er stirbt, dann verfällt seine Seele dem Bösen. Und der Kaufmann kauft dann dieses Glas mit seinem letzten Geld und lebt dann eine Zeit lang im totalen Luxus. Dann wird der Kaufmann sehr krank und möchte dieses Galgenmännlein loswerden. Aber dieses Galgenmännlein kommt immer wieder zurück zu ihm. Und am Ende kann er es dann für einen halben Heller, also das ist wirklich, diese Münze gibt es auch nicht, und das ist wirklich sehr wenig Geld gewesen. Und er kann dann diesen Dämon in diesem Glas weiterverkaufen an jemanden, der ohnehin dem Teufel dient. Wie gesagt, ich versuche nur hier eingedampft für euch gewisse Parallelen und andere Geschichten zu bringen. Und wenn man sich dann fragt, wie ist das denn, dass sich so ein Riesendämon oder sowas Großes, wie kann sich das so klein machen, dass es dann zum Beispiel in eine Flasche oder in so einen kleinen Kristallstein hineinpasst. Und es ist echt witzig, denn ich denke, viele von euch da draußen, genauso wie ich, wir erinnern uns gerne an unsere Kindheit. Und ich habe das immer geliebt, wenn meine Oma mir so, sag ich mal, sehr unheimliche Geschichten vorgelesen hat. Und zu diesen Geschichten gehörte auch der gestiefelte Kater. Und witzigerweise gibt es beim gestiefelten Kater eine Parallele, sag ich mal, die sehr gut zu dem Thema passt. Denn es wird ein Zauberer dazu gebracht, sich in eine Maus zu verwandeln. Und dieser Kater frisst dann diesen Zauberer, der sich in eine Maus verwandelt hat, weil er dem Kater zeigen wollte, dass er das schafft, sich in eine Maus zu verwandeln. Und der Kater frisst ihn dann einfach auf. Und wenn wir da mal in den Hintergrund hineinschauen, wo denn das Ganze motiviert wurde, dass man so etwas schreibt, da war das nämlich im Mittelalter so, der Glauben, dass ein Geist aus einer feinstofflichen Substanz besteht, die man sich als eine Art Gas vorstellt. Also siehe die blaue Flamme, was ich euch in meinem ersten Video dazu erzählt habe. Und dieses Gas, das lässt sich so komprimieren, dass man das zum Beispiel in ein kleines Gefäß hineintun kann. Und wenn man dieses Gas wieder freilässt, dann kann sich dieses Gas wieder ausdehnen. Und nur am Rande erwähnt, gibt es eine interessante Geschichte, die heißt Der Student. Und die bedient ein eigenes Motiv. Denn man sagte den Studenten damals nach, dass sie lieber ihrem Vergnügen nachgehen, als ihren Studien. Und da sie stets knapp bei Kasse waren und immer hungrig waren, standen sie im Gegensatz zur ungebildeten Gesellschaft da und kehrten oft ihre Überlegenheiten hervor. Und dieser Student, der hier, sag ich mal, für alle Studenten damals hier niedergeschrieben wurde, der gilt als übermütiger und jugendlicher Taugenichts. Und bei Grimm ist dieser Student durchaus ein besonderer junger Mann, der auch wirklich sehr fleißig studiert hat, aber sein Studium dann abbrechen muss, weil der Vater dieses Studium nicht mehr zahlen kann. Und der Sohn, der hat den guten Willen, sich dann durch die Arbeit, die er dann verbringen muss oder vollbringen muss, hat er sich dann zusätzlich Geld verdient. Aber sein Vater traut ihm leider nicht zu und der Sohn zeigt dann seine Überlegenheit darin, dass er den Ungeschickten spielt und dann die zu Silber gewordene Axt verbiegt. Und das Ganze geht immer weiter. Das ist unglaublich, was man da findet. Denn, wenn wir mal weiterschauen, in, sag ich mal, Quellen, Ressourcen, aus denen sich dann diese, oder diese Geschichten bedient wurden, da gibt es zum Beispiel bei Salomos Siegel, da gibt es den Josefus, der berichtet, dass er selber gesehen hat, wie ein Priester mit Hilfe eines Ringes einen bösen Geist ausgetrieben hat. Und der Ring, der hat ein Zaubermittel enthalten, das der weise Salomon empfohlen hat, um Geister bannen zu können. Und das Testament des Salomo, das erzählt, als Salomo den Tempel baute, wurde einer seiner Aufseher von einem Dämon genannt, Ornias, also Otto, Richard, Nordpol, Ida Anton Siegfried, geplagt. Und Salomo bittet dann Gott, er möge ihm diesen Dämon ausliefern. Und der Erzengel Michael, der gibt ihm dann einen Ring mit dem Siegel Gottes. Und damit hat dieser König dann Macht über die Dämonen. Ornias muss beim Tempelaufbau dann helfen und gibt dem König auch Auskunft über die Welt der Geister. Herrlich, weil wir haben ja vor Ort schon gehabt, dass König Salomo hier anscheinend in der Vergangenheit Dämonen, sag ich mal, bannen konnte in gewisse Gefäße. und diese Idee, dass ein Geist in einem Gefäß gefangen ist, da gibt es auch eine andere Geschichte und es gibt nämlich ein Märchen und in diesem Märchen wurde der Geist von König Salomo in eine Flasche gesperrt und diese dann mit dem magischen Siegel Salomo verschlossen. Und weil er sich gegen ihn aufgelehnt hatte und dahinter steht dann diese frühchristliche Vorstellung vom Höllensturz des Teufels, die ansatzweise schon auch in der Bibel beschrieben ist und auch im Testament Salomos angedeutet wird. Denn der Teufel war ja ursprünglich ein Engel, der gegen Gott rebelliert hatte und der Herr dann aus dem Himmel verbannt wurde und schließlich in der Hölle eingesperrt wurde. Ich habe vorher schon kurz erwähnt der große Merkurius, denn ein Leiden, das man nur spürt, aber dessen Ursache man nicht kennt, das kann belastender sein, als wenn man den Namen der Krankheit selber weiß. So erzählen viele alte Geistergeschichten, dass ein Dämon seine Macht verliert, sobald ihn der Mensch mit Namen benennen kann. Und der Geist im Glas, der verrät seinen Namen freiwillig, denn er stellt sich aber nicht immer gleich vor, denn als der Student ihn zum Beispiel entdeckt, da merkt er, dass seine Drohung, ihn umzubringen, dass dieser Student es nicht ernst nimmt. Und sein Name offenbart dann sein Wesen, denn der großmächtige Merkurius, der kann nicht anders, als dem den Hals zu brechen, der ihn loslässt. Ich möchte auf diesen Namen Merkurius nochmal eingehen, denn für alle, die sich für alchemistische Themen interessieren, jeder oder ihr wisst dann, Merkurius ist ein alchemistischer Name des giftigen Quecksilbers gewesen. Und es ist seine Natur, Menschen zu vergiften, wenn es aber, oder wem es aber gelingt, diesen Stoff zu bändigen, also mit Bedacht einzusetzen, der kann mit diesem Quecksilber reich werden. Und da sich Edelmetalle in Quecksilber lösen, kann man zum Beispiel eine eiserne Axt mit Quecksilber versilbern, aber nur auf der Oberfläche. Und wem es dann gelingt, Eisen ganz zu Silber werden zu lassen, der könnte damit in der Tat auch reich werden. Man benutzte dann Quecksilber auch als Heilmittel und konnte als Arzt damit gut verdienen. Im Märchen wird diese doppelte Nutzung damit angedeutet, dass man mit dem Pflaster oder Lappen, was ich euch vorerzählt habe, Eisen dann auch in Silber verwandeln, aber parallel auch damit Wunden heilen kann. Und das bringt uns dann, weil ich es ja vor schon mit habe einschweben lassen, es gibt abendländische und morgenländische Geister und diese Grimmschen Märchen, wie zum Beispiel Der Geist im Glas, die stammen deutlich aus Tausend und Einer Nacht und mit dem Märchen auch das Motiv vom Dämon, der dem Menschen dann am Ende dienen muss. Und in den Märchen, die im Abendland entstanden sind, da macht der Held sein Glück meist mit zauberkräftigen Dingen, zum Beispiel Wunschringe, heilkräftige Wurzeln, Siebenmeilenstiefeln und so weiter. Und diese Dinge werden dem Helden oft von einer Hexe oder Fee gegeben, oder er muss sie auf einer gefahrenvollen Reise finden und dann an sich bringen. Hexe oder Fee sind nur Vermittler und die Zauberkraft, die steckt in diesen Gegenständen selber. In den orientalischen Märchen dagegen bekommt der Besitzer des magischen Gegenstandes Macht über einen Geist, der ihm am Ende dienen muss, obwohl er mächtiger ist als der Mensch. Und das entspricht dem europäischen Märchen, wo der Versuch mit Hilfe des Teufels, dass man da sein Glück machen kann. Der Teufel will aber nicht dem Menschen dienen, sondern verfolgt seine eigenen Interessen. Und er will eigentlich nur die Seele des Menschen haben. Daher wird oft ein Pakt abgeschlossen. Ihr kennt das glaube ich selber aus all den Märchen, die ihr als Kinder auch damals gelesen und gehört habt. Denn dieser Pakt ist immer so, irdisches Glück gegen den Verlust der ewigen Seligkeit. Aber in dem Märchen vom Fischer, welches ich euch vor kurz angedeutet habe, wird auch deutlich gesagt, dass der Mensch klüger ist als der Dämon. Und daher kann man diesen Dämon auch überlisten, wieder in die Flasche zurückzugehen und ihn dort wieder einzusperren. Und dann kann man ihn zwingen, dass der Mensch, der es schafft, diesen Dämon wieder in die Flasche zurückzubringen, dass der Dämon diesen Menschen reich machen muss. Und auch in den europäischen Märchen gilt der Teufel als so dumm, dass er von einem einfachen Bauern da wirklich, sag ich mal, verarscht wird. Aber meistens muss der Held dann auch sehr bedacht vorgehen, wenn er sein irdisches Glück haben möchte. Denn ohne die himmlische Seligkeit zu verlieren, ist das ganze Glück, sag ich mal, verwogen. Allzu leicht verfällt er auch der Macht, des Bösen, was ich sehr schön finde. Das gibt dadurch ganz andere Geschichten, weil das ist wie bei Krieg der Sterne auch. Also ich finde es einfach schön, wie die Parallelen hier sind. Aber er genießt das Leben und leidet seelische Qualen, bis er schließlich doch noch dann die Erlösung findet, wie in dem Märchen auch vom Galgenmännlein. Und das Ganze, muss ich echt sagen, also die Brüder Grimm, die haben die Geschichten, also zum Beispiel die Geschichte von diesem Geist im Glas, die aus dem Jahr 1813 aufgeschrieben wurde, von denen, die stammte von einem Schneider aus der Gegend von Paderborn. Und von dem haben sie diese Geschichte gehört. Und da ist, sag ich mal, da wird das Motiv von diesem Flaschengeist mit dem vom verkannten Genie des Studenten miteinander verbunden. Und die Vorlage für den Hauptteil ist dann tatsächlich nicht das orientalische Märchen selber, sondern die Sage vom Paracelsus, deren Wurzeln bis ins Mittelalter zurückgehen. Es ist wirklich, ohne dass man das vermuten möchte, wenn man so etwas sieht, wie tief dort hier eigentlich, sag ich mal, diese Geschichten zurückgehen. Und ich finde das interessant, wenn es so weit wie ins Mittelalter zurückgeht oder sogar noch vielleicht viel weiter, dass anscheinend da mal irgendwas gewesen sein muss. Ansonsten hätten sich die Menschen nicht solche Gedanken gemacht, dass es so etwas geben könnte. Und das muss so faszinierend gewesen sein, dass man hier wirklich dann auch tatsächlich, wie bei diesem Artefakt, was ich euch gezeigt habe, dann tatsächlich ein Dämon in so einen Kristall gebannt wurde, der aus einem Besessenen ausgetrieben wurde. Dieses Video, sag ich mal, schließe ich jetzt hier ab, als kleine Vorgeschichte, bis wir dann zu den eigentlichen Sagen und Legenden kommen. Betrachtet das einfach als zusätzliche Info zu dem, was ich euch dann erzählen werde. Genau. Und ich glaube, das rundet das für das erste Video von zwei oder drei Videos ab. Ich wünsche euch was, heute ist Freitag, einen guten Start in ein schönes Wochenende. Und wir hören uns beim nächsten Video. Also, macht's das gut. Euer Peso. Servus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020